Musik Auf Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herr Gott noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott noch mal, Müller. Nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Haus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Ich möchte, dass Sie die Pflicht tun. Ich möchte, dass Sie die Pflicht tun. Ich möchte, dass Sie das auch noch haben und können. Ich bin ein говорит, dass Sie für consoleänischAND. Dann mache ich das, dass er 45 Tonnen worlden. Ich habe einen Weg inskanishAmig. Wo ist Hauptmann? Muss der hin? Der desertiert? Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Oh Gott. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Was? Kommt, Kommando an das Konzept. Kuszen Sie zu kurzgeschobenen Waffen. Alle Unterlagen über unsere Truppenbewegungen müssen zerstört werden. Danach stoßen Sie an der Kathedrale zum Rest unserer Sprechen. Verstanden. Oberkommando. Oberkommando, Hände. Hier habe ich die Hände. Sie wissen, was Sie tut auch einer Albkärts? Was? Was? Oh, oh, oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Scheiße, komm schon, Stefan. Das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt. Können Sie es reparieren? Vielleicht. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Herr Herz, bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter. Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und Blut und Tod. Ohne meine stehlerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine. Ich war einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler. Ich war keine Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir schaffen das schon. Das war's für heute. 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 Aber das war's für heute. Das war's für heute. Hey! Hey! Das war's für heute. Das war's für heute. What the... Das war's für heute. 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 Alles ist erledigt. Alles erledigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020